Namaste Herzlich Willkommen zu einer weiteren Stunde von Basic Yoga. Ich werde ganz oft gefragt, was man denn für Yoga-Übungen praktizieren kann, wenn man unter Rückenschmerzen leidet. Also der Rücken ist das Hauptproblem der meisten Menschen, der meisten Schüler. Und es ist ganz egal, ob du jetzt in einer sitzenden Tätigkeit bist oder lange stehst oder ob du irgendwelche chronischen Erkrankungen in der Wirbelsäule hast. Wir wollen heute einfach eine gute, gesunde Stunde für den Rücken kreieren, sodass du ein bisschen Entlastung erfährst. Speziell im unteren Bereich, das ist gerade in der Lindenwirbelsäule ein Bereich, der wird sehr oft komprimiert, gerade wenn du in sitzenden Haltungen bist. Da ist einfach zwischen den Wirbeln dann oft nicht mehr viel Platz. Und wir wollen heute ein bisschen diesen Raum zwischen den einzelnen Wirbeln wieder öffnen, dir ein bisschen Ausdehnen und Länge geben, sodass du einen wunderbaren und gesunden und starken Rücken bekommst. So, wir fangen an mit dem Standhaltung. Ich drehe mich zu euch seitlich, dass ihr mich gut sehen könnt. Und bitte noch einmal den Blick nach unten auf die Füße nehmen und schauen, dass ihr euch gut und parallel aufgestellt habt. Gebt ein bisschen in euren Knie nach, da wir uns erst ein bisschen aufwärmen wollen. Schauen, dass du hier ganz locker und durchlässig bleibst. Und lass auch deine Arme und Schultern ganz bequem nach unten sinken. Zieh dafür ganz leicht deine Bauchdecke nach innen. Mach deine Körpermitte also stark und stabil und beginn nun vom oberen Rücken, also von deiner Halswirbelsäule an ab, erst mal ein Abrollen. Roll dich sehr bewusst ein in den ersten Bewegungen. Vielleicht kannst du mal gedanklich jeden einzelnen Wirbel nach unten begleiten, in die Vorbeuge. Lass die Arme sinken. Komm mit den Schultern tief, mit der Brustwirbelsäule. Sink jetzt in Richtung deiner Beine und häng dich so richtig schön nach unten aus. Den Kopf nochmal ganz weit hängen lassen. Im unteren Rücken nachgeben. Vielleicht lehnen sich die Hände auf dem Boden, vielleicht auch nicht. Wenn deine Einatmung kommt, aktiviere nochmal zu deiner Körpermitte. Mach die Bauchmuskeln fest. Und roll dich jetzt vom unteren Rücken, also von der Lenkenwirbelsäule beginnen, langsam wieder nach oben auf. Verfolge diesen Prozess mit deiner ganzen Achtsamkeit. Und nimm dann oben angekommen deine Schultern immer leicht nach hinten und unten. Wir gehen nochmal tief. Wir machen das Ganze noch zweimal. Also noch einmal von oben, beginnend mit dem Kinn in Richtung Brust nachgeben. Immer schauen, dass ich jetzt hier noch nicht meine Beine anspanne, sondern dass ich erstmal meiner Würmelsäule nachgehen kann in diesem Prozess der Vorbeuge. Ruhig, genüsslich abrollen. Schauen, wo ist es denn ein bisschen blockiert oder wo taucht denn auch ein Schmerz schon auf in dieser Bewegung. Und dann achtsam und mit der Einatmung begleitet, rollst du dich wieder Stück für Stück nach oben auf und kommst zurück wieder in deinen Stand. Und wir gehen in die letzte Bewegung von diesem Abrollen und du beginnst nochmal von oben langsam. Du kannst auch immer wieder den Blick in Richtung Bauch nehmen. Du merkst, wie dein Blick weiter wandert über das Schambein, über deine Oberschenkel. Und irgendwann ist dein Blick direkt vor deinen Knien und du hängst dich nochmal locker und bequem aus. Und dann roll dich nochmal auf. Und komm oben im Stand an. Richte deine Schultern nochmal nach hinten unten aus und richte deinen Blick in die Weite. So, das war mit Rumpenrückenabrollen. Nun gehen wir mit geradem Rücken nach vorne und unten in die Vorbeuge. Aber dazu ist die Körpermitte nochmal viel wichtiger. Also konzentrier dich darauf. Wieder ein bisschen nachgehen mit den Beinen. Nimm jetzt als Unterstützung die Arme in der Einatmung mit nach oben. Und mit der Ausatmung erstmal wirklich gerade rücken. Zieh die Arme nach vorne. Und dann streck dich in der Wirbelsäule. Komm hier wirklich schön gestreckt nach unten. Und dann langsam aus der Streckung heraus. Jetzt nach unten vorne zusammenfalten. Und am Schluss wieder den Kopf ganz locker nach unten hängen lassen. In Richtung der Schambeine. Der Weg nach oben. Nochmal aktiviert zur Mitte hin. Atme ein. Heb die Arme nach vorne. Annimm den Blick mit. Und versuche dich wieder im geraden Rücken nach oben aufzustellen. Es erfordert jetzt mehr Achtsamkeit in deinem Tun. Noch einmal. Atme hier ein. Und mit der Ausatmung beug die Beine. Und geh wieder schön gestreckt nach vorne. Mach dich lang. Und dann, wenn du merkst, du kannst die Länge nicht mehr halten, erst dann rollst du nach unten vorne ab. Dein Oberkörper in Richtung der Oberschenkel. Dein Kopf in Richtung deiner Knie oder Schienenbeine. Nochmal über die aktive Mitte. Zieh dich lang. Streck die Arme nach oben. Und hebe im geraden Rücken dich wieder an. In den Stand. Eine letzte Runde. Wir machen alles dreimal. Wieder Beine beugen. Einatmen. Und geh tief. Schieb die Arme nach vorne. Streck dich. Länge dich. Und komm dann erst am Schluss wieder ganz nach unten in die tiefe Vorbeuge. Parastasen. Mit der nächsten Einatmung richtest du dich wieder auf. Geh dabei wieder über die Arme in die Länge. Folge mit dem Blick über das Brustbein. Streck dich. Länge dich. Lass die Arme nach unten sinken. Dann die letzten drei Einheiten jetzt hier mit den Händen hinter unseren Rücken. Also wir nehmen jetzt zusätzlich noch ein bisschen mehr die Bewegung in den Schulterapparat. Also greif die Finger hinten ineinander. Zieh die Arme dann aber nach unten, sodass deine Hände über dein Gesäß jetzt tiefer rutschen. Hebe das Brustbein an. Aber versuche ihn nicht hier, dich zu weit jetzt nach vorne zu öffnen, weil sonst kommst du ins Hohlkreuz. Also steuere dagegen im aktiven Beckenboden. Also dein Brustbein, das zieht zwar nach oben vorne, aber es schiebt sich nicht jetzt hier über dein Schambein hinaus. So, atme hier tief ein. Beug die Beine wieder. Und mit der Ausatmung geh wieder in die gleiche Bewegung. Nur, dass du diesmal die Arme über die Hinterseite deines Körpers, über deine Wirbelsäule mitrollst. Du hast jetzt nochmal einen deutlichen Hebel, der die Vorbeuge vielleicht verstärkt. Und mit der Einatmung kehrst du wieder zurück. Und indem die Hände wieder in Richtung Gesäß sinken, kommst du wieder achtsam nach oben. Richte dich auf. Noch einmal. Atme ein. Atme aus. Und zieh und zeh nicht zu viel in den Armen, sondern überlass wirklich hier den Schultern die Arbeit. Nur so weit wie es geht. Kopf in Verbindung langsam mit deinen Knien. Und mit der Einatmung komm langsam wieder zurück. Gehe am Schluss immer das Brustbein an. Und eine letzte Runde nochmal die Arme weit nach unten tief ziehen. Hebe das Brustbein an. Und ein letztes Mal. Nochmal wie so ein Überrollbügel. Lass die Arme nach vorne gleiten. Es kann also auch definitiv sein, dass bei manchen von euch die Arme vielleicht nur so ein kleines Stückchen mitgehen. Vielleicht habt ihr Einschränkungen im Schulterbereich. Also wirklich hier ganz achtsam in die Bewegung fließen. Und wieder einatmen. Ja langsam zurück. Aus der Haltung. Und öffne dich wieder. Oben angekommen. Öffne deine Arme. Und schüttel deine Hände ruhig erstmal ganz kraftvoll aus. So dass du merkst, dass diese Spannung aus den Handgelenken entweicht. Und dann setze wirklich einen großen Schritt mal auf deiner Matte rechts und links. Stell dann deine Füße parallel. Drück die Fußaußenkanten nach unten fest in die Matte hinein. Und hebe mit der Einatmung erstmal die Arme über vorne oben an. Streck dich. Und mit der Ausatmung lass dich ruhig mal mit einem lauten Haar nach vorne fallen, durch die Beine durch. Atme ein, kehr wieder zurück. Also ruhig mal mit einem lauten Haar oder einem lauten Seufzer. Mal sich so richtig fallen lassen und ausschlenkern. Atme ein. Es tut der Lunge gut, sie befeuchtet sie. Und mal richtig laut seufzen. Richtig mal auslockern. Das sollte man ruhig öfters tun am Tag. Atme ein. Gut für die Energie der Lunge. Und ein letztes Mal. Und dann richtig auch hier unten aushängen, aber auch hier unten bleiben. Setz die Hände auf dem Boden auf. Wenn es dir nicht gelingt, versuche es über eine ganz kleine Schritt-Erweiterung. Wenn es dir dann immer noch nicht gelingt, kannst du dir einen Block unter deine Hände legen. Oder ein Buch. Ihr wisst ja, wir haben immer wieder Hilfsmittel genommen in den letzten Stunden. Das gilt auch für euch. Legt euch sowas immer einfach bereit. Gut. Ansonsten sind die Hände auf dem Boden. Wir lassen jetzt unsere linke Hand auf dem Boden aufgesetzt. Und jetzt öffnet ihr mal einatmend über die rechte Seite und streckt den Arm nach oben in Richtung Himmel. Mit der Ausatmung kehrt ihr wieder zurück. Nun setzt ihr die rechte Hand nach unten, aber mit der Einatmung kommt der linke Arm nach oben. Öffnen, weiten. Und ausatmen. Wieder zurückkommen. Schau bei der nächsten Bewegung mal drauf, dass du dein Gleichgewicht über beide Füße richtig schön verteilt hast. Also gleichmäßig bleiben. Atme ein. Nimm den rechten Arm nochmal nach oben und schau, dass jetzt kein Shift in die Beine geht, sondern dass du Gleichmäßigkeit hältst. Atme wieder aus und kehrt zurück. Machen wir es noch einmal fließend auf die linke Seite. Atme ein, öffne dich über ein großes Fenster und atme aus. Und beim nächsten Mal versuch mal für drei Atemzüge den Arm oben zu halten. Also atme ein, hebe den rechten Arm nach oben und halte dich jetzt hier. Wenn es dir zu intensiv ist, kannst du den Arm auch ein bisschen tiefer nehmen. Und du musst den Blick auch nicht nach oben nehmen, du kannst den Blick auch unten auf der Hand lassen, wenn es für deinen Nacken angenehmer ist. Oder zur Seite schauen. Also schau mal, dass du jetzt hier von der Bewegung der Schulter nach hinten Richtung Wirbelsäule diese Orientierung findest. Zieh dich lang, erde dich wieder über beide Fußsohlen. Noch einen schönen tiefen Atemzug. Noch einmal richtig schön einatmen, lang und intensiv. Und mit der Ausatmung kehrt die Hand wieder zurück zum Boden. Und wir öffnen uns noch einmal nach links. Und so atmest du ein und jetzt drehst du den linken Arm nach oben auf. Innen die Öffnung. Versuch noch einmal hier aus dem Brustkorb zu mobilisieren, dich zu weiten. Drück beide Fußaußenkanten richtig schwer nach unten. Und erde dich, sodass du mit dem Becken mittig bleibst. Du kannst den Blick zur Seite nehmen, nach unten oder nach oben in die geöffnete Hand hinein. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Also atme wirklich ein. Ganz lang und intensiv. Und erst mit der Ausatmung für die Hand wieder nach unten zum Boden. Und jetzt zieh noch einmal die Mitte rein. Atme ein. Heb den Kopf. Geh dann mit den Händen an deine Hüften. Und geh mit langem Rücken nach oben wieder zurück in deinen Stand. Und dann schließ erstmal deine Füße für einen Moment. Und schüttel deine Beine aus. Gerade auch zu den Bein-Innenseiten, Oberschenkel-Innenseiten. Locker dich ein wenig aus. Bevor du wieder in einem großen Schritt erweiterst. So, diesmal stellst du aber den rechten Fuß um, sodass dein Fuß von der Innenseite parallel mit deiner Längenseite der Mattenkante übereinstimmt. So, wir bleiben in unseren Beinen ganz gestreckt. Wir rotieren wieder so ein bisschen nach vorne. Richten das Becken auf. Schau, man zieht nach vorne. Ja, nehmen mit der Einatmung die Arme nach oben parallel auf unsere Schulterhöhe. Drück jetzt hier auch noch einmal ganz fest in deine linke Fußaußenkante. Und jetzt schiebe mal deine linke Hüfte so ein bisschen von dir weg, sodass du richtig merkst, ja, du stößt hier die Hüfte in Richtung der Wand ab. Atme hier ein. Und mit der Ausatmung zieh deinen rechten Arm weit, weit nach vorne. Also ob du über deine rechten Fingerspitzen hinaus möchtest. Und dann lass langsam deinen rechten Arm nach unten sinken und streck deinen linken Arm parallel zum unteren Arm nach oben aus. Länge dich, weite dich. Geh mit deiner unteren Hand nur so tief, dass du wirklich hier vom Oberkörper noch deine Öffnung halten kannst. Also, was du nicht tun solltest, ist, dass du zu tief nach unten gehst. Und dann neigt sich dein Oberkörper nach vorne und fällt in sich zusammen. Also lieber setze ich meine Hand weiter oben ab, aber ich habe die Möglichkeit, mich zu drehen, zu öffnen, zu weiten. Halte die Stabilität in beiden Beinseiten für Trigonazenotus 3. Blicke dir in die obere Hand. Bei Beschwerden im Nacken schaue ich zur Seite. Ich kann aber auch nach unten schauen. Erde dich nochmal komplett über deine Beine, über deine Füße. Öffne dich nochmal für einen richtig schönen, langen, tiefen Atemzug. Atme ein und komplett aus. Und in der nächsten Einatmung versuch über deine Seite dich wieder aufzurichten ohne Schwung. Und komm wieder hier an mit viel Länge jetzt in deiner linken Körperseite. Stell erst mal die Füße parallel und nimm die Arme für einen Moment nach unten. Und spür nach jetzt hier von deiner linken zur rechten Körperseite. Also du merkst, die linke Seite hat hier ganz viel Raum bekommen. Auch nochmal gerade zwischen den Rippen, auch zum unteren Rücken hin. Wir stellen um. Bitte stell deinen linken Fuß schön parallel. Überprüf das immer, dass du wirklich auch hier von der Ausrichtung, nicht vom Knie reingedreht bist, sondern das Knie schaut nach vorne in Richtung der großen Zehe. Aktiviere wieder über beide Oberschenkel. Also wir merken richtig, wie sich die Kniescheiben dabei auch anheben. Atme ein, nimm erstmal die Arme nach oben. Wieder hier auf die Schulterhöhe kommen. Also nicht hier unten, wie so schwache Flügel, aber auch nicht da oben in verkrammten Schultern, sondern entspannte Schultern, aber schöne feste Arme. So, und jetzt schieben wir unsere rechte Hüfte mal ein bisschen von uns weg. Wir geben jetzt einen kleinen Schubs. Atme hier nochmal ein und jetzt zieh mit der Ausatmung wirklich nach vorne und lass diesmal deinen linken Arm nach unten sinken, während dein rechter Arm nach oben geht. Also zieh dich lang, strecke dich, weite dich. Denk wieder daran, dass deine rechte Schulter nach hinten gezogen wird in Richtung der Wirbelsäule. Also nicht nach vorne mit dem Arm, sondern öffne und weite dich. Ja, und dann merkst du jetzt hier, wie die Dehnung entsteht, auf deiner rechten Körperseite. Prüf nochmal, ob deine Beine fest sind, ob deine Hand jetzt nicht drückt hier auf das Bein, sondern die ist locker abgelegt. Du kannst jederzeit auch tiefer gehen, du kannst aber auch höher gehen. Also stell den Armbereich bitte so für dich ein, dass es hier von der Körpervorderseite dir immer noch genügend Raum gibt. Noch einen tiefen Atemzug hier, Atme ein und nochmal komplett aus. Und in der nächsten Einatmung kehrst du zurück. Dann stellst du die Füße wieder parallel und lässt die Arme nach unten sinken. Sehr schön. Stell die Füße nun zusammen und stell dich an den Anfang deiner Matte. Wir gehen in den Sonnengruß A. Lass die Arme entlang deines Körpers nach unten sinken, in der Berghaltung. Atme hier komplett aus. Und nun atme ein und hebe die Arme nach oben an und geh auch immer mit dem Blick mit. Leg den Kopf in den Nacken. Und nun atme aus, geh tief in die Vorbeuge. Wir haben sie geübt, die Beine gebeugt, die Hände gehen nach unten. Und nun steige zurück. Es sind zwei lange Schritte, die dich in die Planke bringen. Also hier, Fersen ziehen zurück, Schultern ziehen zurück, Körpermitte ist fest. Langsam einen Weg nach unten nehmen, die Knie absetzen und über Brust und Kinn zum Boden, Bein ausstrecken und sich dann aber hochdrücken, innen heraufschauenden Hund. Also ich habe hier meine Oberschenkel weg vom Boden, wenn ich will, auch hier gleich meine Knie. Ja, also ich kann auch in Erleichterung meine Knie absetzen, aber ich muss immer schauen, dass ich hier in einer Rückbeuge bin. Also ich brauche meine Schultern tief. Ich öffne mich zur Vorderseite. Und dann setze ich meine Knie auf, stelle die Zähne auf und schiebe mich nach hinten oben in den herabschauenden Hund. Atme hier ganz tief ein und aus. Und noch für weitere zwei Atemzüge bleiben wir in der Haltung des herabschauenden Hundes. Atme ein und lauf nach vorne in Richtung deiner Hände. Komm hier jetzt in den langen Rücken. Atme ein und atme aus, geh tief in die Vorbeuge. Atme ein und die Arme über den Kopf. Und atme aus, kehr zurück in die Berghaltung. Zweiter Durchlauf. Atme hier aus. Und mit der Einatmung richte dich auf. Atme aus, geh tief in die Vorbeuge. So, atme mal ein, geh mit langen Schritten nach hinten in die Planke. Und wenn du willst, legst du dich über den Stütz nach unten ab. Du kannst aber auch wieder Knie, Brust und Kinn zur Hilfe nehmen. Hände aufsetzen, heraufschauender Hund. Schultern tief, öffne dich. Atme aus, stell die Zähne um, herabschauender Hund. Atme ein und komplett aus. Noch zwei weitere Atemzüge. Schultern schön rein. Einatmen. Und ausatmen. Kopf zwischen den Armen. Ein letzter Atemzug. Noch mal ein und aus. Mit deiner Einatmung läufst du nach vorne in Richtung deiner Hände. Atme aus, streck dich in der halben Vorbeuge. Atme aus, falte zusammen. Vorbeuge. Atme ein, komm wieder zurück. Richte dich auf. Und atme aus. Stell dich wieder auf in der Berghaltung der Tasse. Eine letzte Runde. Noch mal hier für uns einatmen. Und ausatmen. Beug die Beine. Hände gut aufsetzen. Atme ein. In die starke Planke kommen. Wähle deinen Weg nach unten zum Boden. Und richte dich dann gleich über die starken Arme auf die Rückbeuge. Hände heraufschauender Hund. Und zurückkehren herabschauender Hund. Drei Atemzüge. Fersen Richtung Boden. Stell dich breit, schulterbreit auf hier mit deinen Händen. Stell dich hüftbreit auf mit deinen Füßen. Nimm noch mal einen tiefen Atemzug. Atme ganz tief ein. Und wieder komplett aus. Mit der Einatmung lauf wieder nach vorne in Richtung deiner Hände. Geh dort gleich über in die Rückenstreckung. Und atme aus. Geh wieder in die tiefe Vorbeuge. Nun atme ein. Komm nach oben in den Stand. Und atme aus. Nimm die Arme wieder nach unten. Und richte dich hier aus. Gut. Wir gehen in Richtung Boden. Durch die Vorbeuge hindurch. Du kannst die Arme diesmal gerne mal über die Vorderseite bringen. Länge und weiter in die Seiten. Atme aus. Bring die Handflächen zusammen. Und tauche nun durch die Mitte nach unten. Und in die Vorbeuge. Und nun setze deine Knie zum Boden auf. Du kannst dir gerne mal unter eine Knieseite auch gerne eine gefaltete Decke legen. Dass du hier ein bisschen gepolstert bist. Und dann setzt du bitte jetzt mal deinen rechten Fuß nach vorne. So, dass hier das Knie über der Ferse stellt. Dass du einfach seitlich hier so ein bisschen einen Stützfuß, ein Stützbein hast. Und das andere ist nur im Knie abgelegt. Wir werden jetzt nur ein bisschen mobilisieren. Und zwar jetzt über unser Becken in den unteren Rücken. Und wir geben dem Becken ein bisschen eine Schwingung. Das heißt, dass wir jetzt erstmal das Becken ganz weit mal nach links und nach rechts rüber schieben. Wie so ein Pendel. Rechts und links. Also schieb einmal deine Hüfte rüber auf die linke Mackenseite. Und einmal auf die rechte. Einfach nur mal, dass der unteren Rücken so ein bisschen in Schwingung kommt. Und natürlich spürst du die Bewegung auch in der Hüfte. Verlass dich da so ein bisschen auf dein Gefühl. Schau gar nicht zu sehr jetzt, wie ich das mache. Sondern lass einfach mal dein Becken so ein bisschen hin und her schwingen. Und vielleicht fängst du dann auch an, so ein bisschen nach vorne und nach hinten zu gehen. Einfach nochmal hier ein bisschen Länge und Weite. Und aus dieser Bewegung von vorne nach hinten und von rechts nach links, fangen wir jetzt an, hier ein bisschen einen Kreis zu bilden. So, dass wir in alle Richtungen diese Bewegung ausführen. Gib dem unteren Rücken mal ein bisschen Raum. Genau. Und mal in die andere Richtung kreisen. Sehr schön. Und wir halten einen in der Mitte und stellen oben auf die andere Seite. Und wir stellen den linken Fuß vorne ab. Also immer schauen, dass du hier vom Knie schön gepolstert und stabil bist. Und dann erstmal wieder die Bewegung hier von rechts nach links. Die Hüfte will einmal zur rechten Mattenseite, einmal zur links. Richtig sich mal so ein bisschen hin und her pendeln. Und in dieser Bewegung dann auch wieder dieses Vor- und Zurück. Vor- und Zurück. Und einfach auch schauen, was gut tut. Hineinspüren, was ist denn eine Bewegung, die ich jetzt gerade brauche. Wo bin ich denn blockiert oder wo merke ich denn, dass ich einfach hier unter einem Schmerzpunkt leide. Und dann fange ich wieder an, ein bisschen zu kreisen. So, dass ich von rechts, links, vorne, hinten in alle Richtungen diese Bewegung ausführe. Und dann noch einmal in die Gegenrichtung. Und dann kehre ich langsam hier wieder in die Mitte zurück. Bitte setz deine Hände fest auf und schlage dein linkes Knie wieder nach hinten um. Bevor wir in Richtung Boden gehen, die typische Bewegung hier nochmal vom Becken in den Katzenbuckeln. Roll dich nochmal richtig schön auf. Spür, wie du jetzt hier nochmal über den unteren Rücken schön in diese Länge kommst. Und auch vom Nacken her, wenn du dein Kinn komplett in Richtung Brust einrollst. Und dann hebe ganz sanft über vorne das Brustbein an. In Länge, ich merke auch, wie die Bewegung hier im Becken deutlich ankommt. Und dann aus dieser Länge heraus senke langsam hier deinen Brustkorb nach unten an. Also beuge die Ellbogen wirklich schön nah am Körper. Schiebe dich mit dem Kinn vorne über die Matte. Streck die Beine aus und komm hier in einer Bauchlage an. So, schau erstmal, dass du deine Hände nach vorne umklappst. Deine Unterarme übereinander legst und deine Stirn auf die Hände legst. Komm hier an und länge dich jeweils über ein Bein, indem du es sanft vom Boden hebst und richtig über die Zehenspitze dieses Bein verlängerst. Und dann legst du es ab. Und dann nimmst du die andere Seite und wirklich mal schau, wie viel Raum du im unteren Rücken schaffen kannst, wenn du das Bein wirklich aus der Hüfte heraus weit nach hinten bewegst. Und dann leg es schön lang ab. Schau, dass du hier vom Schambein, vom Becken vielleicht auch wieder unterstützt bist mit einer Decke, falls es etwas unangenehm ist für dich. Platziere dich erstmal ganz, ganz ordentlich auf dieser Matte mit dieser Länge. Und dann setze deine Hände unter deine Schulter. Schau noch einmal mit prüfendem Blick, ob die Hände gut gesetzt sind und schlage die Ellbogen in Richtung deines Körpers. Leg die Stirn für einen Moment noch zum Boden ab. Und immer wenn wir jetzt den Oberkörper gleich heben werden, nehmen wir auch immer abwechselnd eine Beinseite mit nach oben in der Cobra. Wir atmen nun vorbereitend aus, lass dein Becken sinken und wenn die Einatmung kommt, hebe deinen Oberkörper, dein Brustbein an und hebe jetzt deinen rechten Unterschenkel an. Flex den Fuß, das andere Bein bleibt lang. Atme aus, kehr wieder zurück. Leg das Bein ab, atme ein, hol den Oberkörper nach oben, Brustbein hebt an, hebe den Kopf nur sanft an, linken Unterschenkel und den Fuß flexen. Und wieder tief gehen, ausatmen, schön langsam und kontrolliert. Gleich nochmal über rechts, atme ein, immer schön die Schultern zurück. Der Nacken hat keine Falten, entspann den Nacken, der Blick bleibt erstmal unten. Und wieder ausatmen, immer wieder schön nachgeben, kein Druck in die Hände, atme ein. Lass den Rücken arbeiten. Der Rücken hebt den Oberkörper an, kein Push in die Hände. Und atme wieder aus. Eine letzte Runde für dich, noch einmal auf rechts und links. Atme ein und richtig schön den Atem in die Körpervorderseite bringen. Mehr als ob du dich aufbläst und ausatmen. Und ein letztes Mal, heb deinen linken Unterschenkel an, flex den Fuß. Roll dich auf in die Cobra und dann bleib unten in der Haltung. Sehr schön. Bring die Arme entlang des Körpers einfach. Lege den Kopf bitte auch seitlich ab. Eine Wange einfach auf die Matte legen. Gehe in einer schönen sanften Bewegung mit. Löse Spannungen im unteren Rücken. Schüttel dich ein wenig aus. Ganz locker und entspannt. Beine bleiben wieder schön gestreckt in ihrer Länge. Gut. Jetzt haben wir abwechselnd einen Unterschenkel nach dem anderen angebeugt. Jetzt werden beide Unterschenkel in eine Beugung gehen. Richte zuerst mal deinen Kopf wieder gerade aus. Leg deinen Kinn einfach zum Boden ab. Und winkel dann beide Unterschenkel an. Um deine Füße zu greifen, kannst du deine Knie auch oft ein bisschen weiter öffnen. Schau mal, dass du jetzt hier den Fußrücken greifst, also nicht die Zehenspitzen, den Fußrücken. Und schließ dann, wenn es geht, wieder deine Knie, sodass sie ungefähr in die Hüftbreite geht. Also die müssen nicht ganz geschlossen sein, weil wir wollen das Schambein noch schöner in Richtung Boden drücken. Und du kannst auch deine Knie und Oberschenkel jetzt in dieser nächsten Bogenhaltung gerne auch auf dem Boden lassen. Ja, wenn du vielleicht in der ersten Runde das erstmal im halben Bogen nur probieren willst, starten wir langsam. Atme vorbereiten aus. Drück deinen Schambein jetzt wieder in Richtung Boden. Und nun atme ein. Und jetzt gib Druck der Füße in die Hände. Merk erstmal, wie die Arme sich spannen. Und die Schulterblätter sich in Richtung Wirbelsäule bewegen. Und dann gib mehr Druck. Gib mehr Druck und löse, wenn du willst, die Knie vom Boden. Du kannst natürlich auch die Beine jetzt erstmal unten lassen und nur im halben Bogen üben. Oder du gibst gleich ein bisschen mehr Kraft rein und gehst in den Bogen. Dein Brustbein hebt sich. Das ist wie eine Kettenreaktion. Je mehr du schiebst, umso mehr ziehen die Arme den Oberkörper nach oben und irgendwann auch die Beine. Und dann atme mal aus und kehre wirklich langsam wieder zurück. Setz deinen Kinn ab. Streck die Beine aus. Und auch da erstmal wieder ein bisschen Scheibenwischer spielen. Kontrolliert. So, richtig schön auslockern. Und dann werden wir in eine zweite Runde gehen. Und dazu einfach nochmal die Beine anbeugen. Man kann sich natürlich auch hier, wenn man die Füße nicht greifen kann, einen Gurt einlegen oder einen Gürtel. Und über die Verlängerung in die Füße gehen. Oder auch ein Handtuch geht genauso. Greif deine Füße wieder am Fußrücken. Schließ die Knie in die Hüftbreite. Atme vorbereitend aus. Drück deinen Schambein tief. Und nun atme ein. Und jetzt geh wieder in die Öffnung. Der Bogen. Dann rasse noch. Den Blick in die Weite. Also auch nicht zu weit nach oben. Denk an deinen Nacken. Spür mal die Bewegung deiner Schulterblätter zur Wirbelsäule. Weit öffnen jetzt im Brustkorb. Und geh nur so weit, wie es dir in der Bewegung gut tut. Schau, dass die Knie nicht zu weit öffnen. Dass sie wirklich in ihrer Hüftbreite geblieben sind. Und ausatmen. Leg dich wieder ab. Und geh wieder tief. Schüttel die Beine nochmal aus. Und locker dich aus. Nochmal einen schönen tiefen Atemzug. Und dann schiebst du die Hände schon etwas nach vorne. Gibst die Hände unter die Schultern. Und jetzt drück dich gut ab. Und roll dich einmal komplett nach hinten. Und zwar in die Kindhaltung. Setz dich erstmal ab. Und spür jetzt nochmal, wie der Raum entsteht. Hier im unteren Rücken. Aus der Rückbeuge heraus. Jetzt nochmal in die Längsdehnung. Eine schöne ausgleichende Gegenbewegung. Auch nochmal tief einatmen. Und komplett ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung schiebst du dich nach vorne in den Vierfüßlerstand. Und dann setzt du dich über eine Seite zum Boden ab. So, zieh doch am besten gleich dein rechtes Knie nach vorne und winkel dein linkes Bein nach hinten an. In diese Sitzvariante. Schau, dass dein hinterer Fuß jetzt nicht umgeknickt ist, sodass der Fuß nach außen schaut. Sondern dein linker Fuß schaut nach hinten. Also, dass wir hier von der Gelenkkette umgebrochen sind. So, ich setze mich so, dass ich versuche, auch hier in meiner linken Beckenseite ein bisschen tiefer zu kommen. Also, ich drehe mich nicht auf, sondern ich versuche hier, mich über beide Sitzbeine zu erden. Setz deine rechte Hand mal seitlich abstreckt. Deinen linken Arm weit nach oben länge dich. Und nun mal ausatmen. Und dehne dich in deine rechte Seite. Beuge hier deinen Arm, dass die Schultern sinken. Atme ein, kehrt zurück und wechsel mal. Setz nun die linke Hand ab und schiebe den rechten Arm jetzt mit rüber auf die linke Seite. Atme wieder ein und wechsel einfach. Atme aus, geh wieder in die Neigung. Dehne die Seiten schön lang und wieder wechsel. Einatmen, hochkommen, ausatmen. Und immer wieder den Arm beugen, nachgeben. Eine Seite wird immer schwieriger sein als die andere. Also hier, wenn wir uns jetzt in unsere rechte Seite neigen, haben wir die leichte Seite. Und wenn wir jetzt auf die linke Seite gehen, dann wird es ein bisschen schwerer, weil wir hier zum angebeugten Bein nach hinten uns dehnen müssen. Wir kehren wieder zurück. Und jetzt setz die Hand bitte hier auf der rechten Seite mal ab. Führ aber jetzt den linken Arm mal nach vorne. Und über diese Bewegung nach vorne schiebst du dich hoch und öffnest dich. Nimm mal den Arm nach hinten, den linken. Schau der Hand hinterher. Kehr mal wieder zurück. Nimm über die Bewegung den Arm wieder nach hinten. Setz den Po ab. Probier mal nochmal. Über die Bewegung zieh den linken Arm über vorne, oben, diagonal. Und öffne dich und weiblich schieb dein Becken nach oben. Und nochmal tief gehen. Nochmal mit dem linken Arm zurückkommen, wie in einem Bogen. Und eine letzte Runde nochmal öffnen. Linken Arm diagonal über die rechte Seite. Nach hinten bringen. Weite schaffen. Und wieder zurückkehren. Ausatmen. Setz dich wieder auf der Matte ab. Wechsel bitte die Seiten um. Beuge ihm nun ein linkes Bein nach vorne und setze dein rechtes Bein nach hinten. Auch da wieder schauen, dass der Fuß nach hinten zeigt. Dass du vom Gelenk her schön schonend übst. Setze dich nochmal richtig schön auf deiner Matte ab. Zieh diesmal wirklich vom rechten Beckenknochen so ein bisschen tief, sodass sich deine Sitzbeine erben. Setze deine linke Hand zur Seite ab. Atme nun nochmal ein über deine rechte Seite. Atme aus und geh wieder in die Seiteneigung. Denk dran, dass du deine Schultern nicht hier oben an den Ohren haben willst, sondern tief. Und kehr zurück. Einatmen und wieder ausatmen. In die Gegenseite dehnen. Mach den oberen Arm immer schön lang. Und kehr wieder zurück. Und gleich nochmal längen und dehnen. Genieß die Dehnung. Aber geh nicht hier mit der Gegenhüfte zu weit nach oben. Die sollte sich gar nicht großartig lösen. Erde deine Sitzbeine. Und kehr wieder zurück. Ein letztes Mal. Nochmal einatmen und ausatmen. Dehn dich nach rechts. Kehr zurück. Und ein letztes Mal auf die rechte Seite. Wir kehren zurück. Wir setzen die linke Hand nun zum Boden ab. Und jetzt führst du mit dem rechten Arm diagonal den Kreis über die linke Seite. Öffnest dich. Weitest dich. Kehr wieder zurück. Absetzen. Po wieder runter. Arm wieder tief nehmen. Und nochmal. Mit der Stützhand auf der linken Seite. Kraftvoll. Schieb dich hoch. Merk mal richtig, wie dein Becken hier sich anhebt. Dein Schambein sich nach vorne zieht. Und wieder zurückkehren. Und ein letztes Mal nochmal öffnen und weiten. Einatmen. Weiter Halbkreis. Und du kehrst wieder zurück. Sehr schön. Prima. Und dann stellst du deine Beine um. Setz dich am besten gleich auf deiner Matte schön ab. Füße hüftbreit öffnen. Rutsch so weit nach vorne, dass du ausreichend immer Platz auch nach hinten dann für Armbewegungen hast. Greif dir jetzt unter deine Kniekehren. Mach dich richtig schön rund auch nach dieser Bewegung. Genieß das Abrollen nach unten in Richtung Boden. Komm dort an, leg den Kopf zum Boden ab und stell jetzt aber auch die Füße noch ein klein wenig heran zu dir, sodass du unter deinen Knien weiterhin abgestellt bist. Leg die Hände zu den Seiten ab. Zieh die Schultern nach unten. Erde dich über deine Füße, über deine Fußsohlen nun. Warte auf die nächste Einatmung. Und wenn die kommt, drückst du die Füße in den Boden und hebst nun dein Becken wieder an. Aber nimmst in dieser Bewegung auch gleichzeitig die Arme mit nach hinten. Öffne dich in der Schulterbrücke. Behalte den Standbein. Und nun atme aus. Jetzt roll die Wirbelsäule ab. Nimm die Arme nach vorne. Und in dieser Bewegung der Arme nach vorne hebst du Kopf und Schultern an. Die Hände sind jetzt ungefähr hier auf Kniehöhe. Und jetzt beginnst du mit ganz leichten Federnbewegungen mal die Fingerspitzen zehnmal nach vorne in Richtung der Knie zu ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann rollst du Kopf und Schultern wieder ab und legst die Arme seitlich neben deinen Körper. Sehr schön. Wir erweitern ein klein wenig. Drück die Füße wieder in den Boden. Warte auf die nächste Einatmung. Und wenn die kommt, geh wieder hoch in die Schulterbrücke. Hebe die Leisten an. Nimm die Arme über den Kopf. Und wenn die Ausatmung kommt, roll die Wirbelsäule wieder ab. Nimm die Arme nach vorne. Heb Kopf und Schultern an. Aber diesmal nimm die Beine nach oben. Die Hände gehen jetzt wieder hier parallel zum Boden nach vorne. Die Zehen schauen nach oben. Zehn kleine Bewegungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann stell die Füße zum Boden ab. Und roll wieder Kopf und Schultern nach unten ab. Sehr schön. Und das verbinden wir jetzt. Beide Bewegungen für den Bauch. Und wir machen das nochmal über die Schulterbrücke. Warte erneut auf deine nächste Einatmung. Und wenn die kommt, gehst du wieder nach oben. Und geh weiter. Nimmst die Arme mit über deinen Körper. Schiebst die Leisten nach oben. Und in der Ausatmung roll die Wirbelsäule zum Boden ab. Hebe mit dieser Bewegung dann gleich Kopf und Schultern an. Und jetzt gleich hier. Zehnmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bleib hier. Nimm die Beine nach oben. Und weitere zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Setz die Hände an deine Kniekehlen. Roll die Kopf und Wirbelsäule wieder nach unten ab. Und stell die Füße zum Boden auf. Leg die Arme seitlich. Und roll den Kopf jetzt einmal über rechts und links. Entspann den Nacken etwas. Und kehre dann wieder zurück in die Mitte. Und nun greif zu einer Kniekehle und zieh dich aktiv nach oben über die Kniekehle in den Sitz. Schau, dass du deine Füße jetzt ein bisschen nach vorne stellst, sodass du nur deine Fersen aufsetzt und dass du aber hier unter deinen Kniekehlen Raum hast. Also wir haben die Beine nicht ganz gestreckt. Wir entlasten etwas über die Beinrückseite. So kommen wir besser in die Aufrichtung der Wirbelsäule. Von hier aus atme ein und nimm die Arme mal zu den Seiten. So richtig schön aufgeschmackt, wie so ein Helikopter. Nimm doch mal richtig die Länge wahr über deine Arme und über deinen Scheitel. Atme hier tief ein und in der Ausatmung dreh dich mal nach rechts und öffne deinen Oberkörper. Und wieder einatmen, zurück in die Mitte. Ausatmen, dreh dich rüber nach links. Einatmen, in die Mitte, halt die Länge, ausatmen, wieder nach rechts. Handflächen schauen nach unten. Heb dein Brustbein an, atme ein und atme aus. Wir gehen nochmal rüber nach links. Einatmen, wieder zurück. Ausatmen, nochmal auf die rechte Seite. Eine letzte Runde, atme ein über die Mitte, atme aus über die linke Seite. Atme ein, kehr wieder zurück. Atme aus, lass die Arme sinken. Stell die Füße auf und lass den Oberkörper jetzt nach unten vorne sinken. Zieh die Schultern ein bisschen auseinander, leg den Kopf bewusst so ein bisschen zwischen deine Knie. Entspann den Rücken, spür die Weite in deiner Körperrückseite und die Entspannung deines Bauches auf der Vorderseite. Lass nochmal richtig schön los. Noch einen tiefen Atemzug. Und mit der nächsten Einatmung richtest du dich wieder auf. Und dann lass die Füße ruhig ein bisschen näher herankommen. Stell die Füße gut auf. Geh mit den Händen nur ganz leicht von vorne an die Knie. Zieh die Ellbogen etwas nach außen, drück die Schultern tief. Atme mal ein und spür nochmal die Länge deiner Wirbelsäule. Richte dich wirklich schön auf nach oben. Stell dir vor, du hast ein Buch auf deinem Kopf. Und jetzt mit der Ausatmung lass mal die Wirbelsäule in einen Rundbogen gehen. Also richtig schön den Bauchnabel einziehen. Mach dich mal rund. Die Arme werden sich ein wenig strecken. Den Bauch fest nach innen nehmen und mit der Einatmung wieder aufrollen. Und in den aufrechten Sitz zurückkehren. Und nun atme wieder aus und roll dich ab. In so eine richtig schöne C-Kurve kommen. Und ohne, dass du mit den Händen nachziehen musst, richtest du dich von alleine wieder auf. Durch deine Stärke, deiner rumpfaufrichtenden Muskulatur, ziehst du dich hoch. Und in der Ausatmung hältst du schön über die eingezogene Bauchdecke diesen Rundbogen. Noch einmal kehrst du nach oben zurück in die Einatmung. Und ausatmung. Mach dich nochmal rund. Und jetzt bleib mit der Einatmung in dieser Streckung. Nimm die Hände diesmal an die Rückseite deiner Beine, an die Kniekehlen. Hebe nun deine Beine eins nach dem anderen an in eine Stufe. Bleib nochmal von der Wirbelsäule schön aufgerichtet. Also versuch jetzt hier dein Brustbein aufzurichten. Also nicht in diesen Rundbogen zu gehen, wie gerade eben. Sondern in die Streckung, in die Aufrichtung. Du kannst hier mit dem Bein und an der Beinrückseite bleiben. Du kannst aber auch mal beginnen, deine Beine zu strecken. Aber was sind das Brot? Um die Arme seitlich zu nehmen. Schultern sind tief. Du hebst das Brustbein an. Und du hältst den Atem. Einatmen und ausatmen gleichmäßig. Du hältst den Atem nicht an. Atme nochmal ein. Und aus. Und noch einmal ein. Und aus. Und dann greif dir wieder eine Kniekehle. Senke langsam nach unten. Behalte gleich hier das untere Bein knapp über den Boden. Das andere Bein in der Stufe. Und dann nimmst du wirklich hier jetzt nur die Gegenhand hinten zum Kopf mal. Die andere führst du dazu. Und wir werden jetzt gleich in einen Twist gehen. Also stütze den Nacken einfach jetzt mal hier. Das untere Bein bleibt. Knapp über den Boden. Der Bauchnabel bleibt eingesaugt. Und jetzt löse hier mal deine linke Hand und zieh sie rüber zum rechten Knie. Wieder zurückkehren. Die Beine wechseln. Und auf die andere Seite. Rechte Hand zum linken Knie. Und jetzt gehst du in den Wechsel. Schön immer in den Twist. Rechts. Und links. Eine Hand stützt immer den Nacken. Der andere Arm. Zieh diagonal hinüber in Richtung Fuß. Oder in Richtung Ferse. Drück den unteren Rücken schön fest in den Boden. Und wechsel. Rechts. Und links. Und atme dabei. Rechts. Und links. Wir machen noch jede Seite einmal. Und diagonal. Und Kopf wird nicht gezogen. Und dann kommen die Beine zurück in die Mitte. Ich rolle Kopf und Schultern ab. Ich ziehe meine Knie gleich heran zur Brust. Beuge meine Beine so weit, dass ich meine Knie etwas nach außen öffnen kann. Und jetzt entlass dich, indem ich mit meinen Knie schöne große Kreise male. Du kannst erst ein bisschen nach außen mahlen. Und dann nach innen. Und dann kannst du die Beine auch mal schließen. Und beide Beine in einem großen Kreis zusammen mitnehmen. Und auch mal in die Gegenrichtung. Richtig den unteren Rücken massieren. Und dann bleibe ich in der Mitte. Und jetzt schlage ich einfach nur noch mal meine Unterschenkel nach oben. Ich habe meine Beine hier gebeugt. Ich komme jetzt mit meinen Händen in die Happy Baby Position. Ich gehe mit den Händen hier nach innen. Und greife dann von innen zu meinen Fußaußenkanten. Also ich greife hier mit den Händen. Wenn ich hier nicht hinkomme, kann ich auch meine Waden greifen. Ich kann aber auch hier seitlich einfach nur meine Knie kehren gehen, wenn ich nicht so beweglich bin. Ansonsten ziehe ich meine Fußsohlen nach unten. Und über diesen Zug der Fußsohlen nach unten ziehe ich meine Knie nach unten in Richtung meiner Achseln. Und ich ziehe meinen unteren Rücken und meine Schultern wieder in Richtung Wunders. Ich gebe mir viel, viel Spiel und Freiraum in dieser Bewegung. Und ich lasse mich ein bisschen einsinken. Bleib hier für ein paar Atemzüge. Egal, ob du jetzt auch hier eher ein bisschen tiefer greifen musstest. Oder ob du vielleicht nur diesen Verbund unter den Knie kehren hast. Aber lass die Knie sanft nach außen und unten fallen, sodass deine Oberschenkel in Richtung deines Oberkörpers sinken. Und mit diesem Druckbeginnen auch der untere Rücken wieder in den Boden fließt. Nimm noch drei schöne tiefe Atemzüge hier. Und dann löse ich ganz langsam meinen Griff. Ich bringe meine Füße wieder zurück zum Boden. Stell die Füße erstmal auf. Und dann lasse ich meine Beine langsam in eine Streckung weitergehen. Vielleicht ziehe ich auch ein Bein nochmal ein bisschen lang und lege es ab. Dann hebe ich das andere Bein nochmal kurz an, ziehe es lang und lege es ab. Und richte mich ganz bequem und achtsam auf meiner Matte ein. Ich lege die Hände zu den Seiten meines Körpers. Ich lasse damit meine Schultern nun nach unten sinken. Ich gebe meine Körperrückseite ganz vertrauensvoll in Richtung Boden ab. Ich lasse mich schwer in die Erde sinken. Ich übergebe alles vertrauensvoll an den Boden. Ich gebe alle Last ab, alle Spannung löse ich nun, sodass ich vollkommen und wahrhaftig konzentriert bin auf meine Atmung. Und ich gehe dazu über, meinen Atem nun wirklich sehr achtsam zu betrachten und beginne zu zählen, wie lange ich jetzt einatme, wie viele Sekunden meine Einatmung geht und wie lange ich ausatme. Zuerst zähle ich nun mal, wie ich wirklich jetzt ein- und ausatme. Und dann stelle ich fest, ist meine Einatmung länger oder kürzer als die Ausatmung und ich beginne damit, allmählich meine Atemzüge anzugleichen, sodass meine Einatmung genau die gleiche Länge hält wie meine Ausatmung. Also wenn du mit der Einatmung auf 5 zählst, dann sollte deine Ausatmung auch 5 betragen. Das nennen wir Ausgleichen, natürlich hat jeder einen anderen Zählrahmen, weil jeder unterschiedlich atmend. Und wenn ich meine Atemzüge so nach und nach in gleiche Länge gebracht habe, dann beginne ich meine Ausatmung für ein bis zwei Sekunden zu verlängern. Nur die Ausatmung verlängern. Also wenn meine Einatmung bis 5 geht, dann darf meine Ausatmung jetzt 6 oder 7 betragen. Und wenn dir das mit Leichtigkeit gelingt, wirklich mit Leichtigkeit, ohne dass du deine Atem hinauspressen musst oder anhalten musst in irgendeiner Art und Weise, dann kannst du dazu übergehen, nochmal in die Ausatmung ein- oder zwei Zähler anzünden. Also zählst du einatmen bis fünf, bis deine Ausatmung vielleicht jetzt acht. Bitte achte nur darauf, wenn du für dich selbst die Ausatmung immer wieder selbstständig erweiterst, dass deine Ausatmung niemals mehr als doppelt so lang ist wie deine Einatmung. Also du solltest nicht 5 Zähler einatmen und dann 11 Zähler ausatmen. Höchstens, allerhöchstens bis 10. Wir wollen ja mit dieser Übung den Parasympathikus anregen. Also wir wollen ja zur Ruhe kommen und nicht irgendwelche Stressgedanken hier bekommen. Wir wollen ja zur Ruhe kommen mit einer verlangsamten Ausatmung. Verlangsamt und deutlich längeren Ausatmung. Und genieß dann noch ein paar Züge in diesem schönen, langen Ausatmen. Und dann gehst du langsam wieder dazu über, den Atem nicht mehr zu zählen. Du lässt ihn wieder frei fließend, beobachtest, wie er frei fließt, aber beeinflusst ihn nicht mehr in seiner Tätigkeit, sondern das ist einfach freies Fließen ein und aus. Die Längen gleichen sich irgendwann wieder so an, wie sie möchten. Und vielleicht atmest du auch nochmal ganz deutlich mit deinem hörbaren Haar oder Seufze aus. und öffnest dann mit diesem Seufzen deine Augen und beginnst die Arme einmal weit nach hinten zu nehmen und dich zu strecken. Und vielleicht gehst du auch einmal kräftig und herzhaft und beginnst dann über die Seiten, dich ein bisschen zu strecken, zu regeln, zu längen. Und dann spürst du den Körper wieder ganz aktiv. Kommst gleich nochmal mit den Händen nach oben in die Kniekehle. Nimm einen leichten Schwung, um dich aufzusetzen. Und dann setze dich nochmal auf mit einer schönen und starken Wirbelsäule von heute. Und du merkst vielleicht, im unteren Rücken ist ein bisschen mehr Raum, der dir Länge gibt für heute. Und ich wünsche dir mit dieser Übungssequenz Gutes für den Rücken, einen schönen Tag und bleib gesund. Namaste